Ich hab dir längst verziehen Den Tag kann ich erwarten, bis du wieder vor der Türe stehst 30 Jahre Unterschied, hat auch keiner überlegt Hello Mr. Universe, wollen wir mal fragen, wie es so geht Dass du für einen Menschen nimmst, find ich völlig abgedreht Hello Mr. Universe, wollen wir mal fragen, wie es so geht Denn seit deiner Midlife-Prices brauchst du auch mit Wall-Aid Was sie wohl an dir findet, wer kann mir das erklären? Was will so'n junges Ding wie die von nem gebrauchten Herrn? Den Tag kann ich erwarten, bis du wieder vor der Türe stehst 30 Jahre Unterschied, hat auch keiner überlegt Hello Mr. Universe, wollen wir mal fragen, wie es so geht Dass du für einen Menschen nimmst, find ich völlig abgedreht Hello Mr. Universe, woher hast du diesen Brand? Denn seit deiner Midlife-Prices machst du auch mit Wall-Aid Auch wenn es nicht sehr klug scheint, ich lieb dich wie du bist Auch wenn es im Moment für mich die volle Hölle ist Hello Mr. Universe, wollen wir mal fragen, wie es so geht Dass du für einen Menschen nimmst, find ich völlig abgedreht Hello Mr. Universe, woher hast du diesen Brand? Denn seit deiner Midlife-Prices brauchst du auch mit Wall-Aid Mr. Universe Danke schön, ihr seid so lieb Habt ihr wirklich gemorst? Aber wer weiß, vielleicht ist das der nächste Hit Wir werden ja sehen Auf jeden Fall am 8.7. Das ist ja in zwei Wochen, am Sonntag Sind wir bei unserer Steffen Bruss in Immer wieder Sonntags Und wir haben auch einige andere Sendungen Aber Bis zum nächsten Mal Wir haben ja schon seitdem